Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Neuer Fall von Tiermissbrauch, die Person warf in Callao einen Stein auf den Kopf eines Hundes. Durch den brutalen Aufprall wurde das Tier bewusstlos und musste notfallmäßig einem Tierarzt übergeben werden. Die Behörden von Chalaka arbeiten daran, den Angreifer zu identifizieren. Ein neuer Fall von Tierquälerei schockiert das Land. Ein noch nicht identifiziertes Subjekt warf in der Nähe der Büros des Serenazgo de la Perla in Callao einen schweren Stein auf den Kopf eines Hundes. Der brutale Angriff ereignete sich am 22. August, doch das Video des Angriffs wurde erst kürzlich in sozialen Netzwerken verbreitet, wo es viral ging und allgemeine Empörung hervorrief. Auf den Bildern ist eine Person mit einem Motorradhelm zu sehen, wie sie den Stein auf das Tier wirft, das den Spitznamen Sereno trägt. Der am Eingang der Büros von Serenazgo de la Perla stand. Durch den heftigen Schlag war das Tier mehrere Minuten lang bewusstlos. Die Umstände des Angriffs sind unbekannt und auch nicht, was die unbekannte Person dazu motiviert hat, solch fragwürdige Maßnahmen zu ergreifen. Der Fall wird bereits von den Behörden von Chalaka untersucht, die daran arbeiten, den Angreifer zu identifizieren. Es ist bekannt, dass das Nummernschild des vom Angreifer verwendeten Motorrads auf den Namen einer Firma namens Motors Millennium Sec lautet. Die Gesundheit des Hundes Im Gespräch mit RPP News gab Katharine Carillo, Gesundheitsmanagerin der Gemeinde La Perla, an, dass der Hund glücklicherweise außer Gefahr sei und sich derzeit in einer Pflegefamilie befinde. Wir als Gesundheitsmanagement aktivieren die Pflegeprotokolle, um den Hund an den städtischen Tierarzt zu überweisen. Beim Tierarzt leisteten wir ihm erste Hilfe und dann wurde er durchschnittlich 15 Stunden im Krankenhaus behandelt, um seine Entwicklung zu beobachten. Erklärte er Das Tier wurde entlassen und hat gestern die zweite Vorsorgeuntersuchung durchlaufen. Nach Angaben der ihn behandeln den Spezialisten weist Sereno nach dem erlittenen Anfall offenbar keine neurologischen Schäden auf. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram Wir werden uns auf Facebook und Instagram Bibelümerde Und einem Wir wissen dies